yo liebe leute hier ist wieder der mr easy riser mit dem let's play dem zweiten part vom let's play von midnight club l.a. ich hoffe ihr seid wieder dabei yo das ist die mission flight genau und das trip ran werden wir direkt mal hinfahren ok kann man alles kann man alles jo da vorne pferde ja ok rennen bis zum start wow da schaue ich gerade mal wo der start ist ok theoretisch gesagt nur geradeaus mit der lahmen schrottkiste hast du vergessen boah und mit meinem favorischen können genauso nein den kriegen wir nicht mehr ich überschätze meine gegner doch immer wieder gerne ja genau he takes the win genau ich denke mal wieder ein ordentliches rennen jawohl also die rennen werden auf jeden fall im verlauf der karriere werden die heftiger schwere schwieriger das auf jeden fall ich hoffe man hört mich ganz gut aber ich denke schon genau so bezüglich fragen wie nehme ich auf was für ein headset habe ich und und so weiter das werde ich alles in meiner kanalbeschreibung reinschreiben denn ich habe keinen bock diese fragen 500 mal zu beantworten und die werden dann auch kommentarlos ähm nicht beantwortet ja ja das land ist eigentlich nicht gechillt ja 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 Was soll ich dazu jetzt noch erzählen? Also der Kollege hier unter mir ist schon lästiger als der andere im ersten Part, aber schon lästig ist er wiederum auch nicht. Fogging Trevor, abgehakt! Was ist das? 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 You know what? Trevor and his boys race out of this parking lot. Go race some of the locals, then I'm sure they'll let you roll with them. Hey man, I was gonna tell them that. Hey, thanks. And I need a mechanic. You know someone? You should speak to Carol. Yeah, my man Carol. Yeah, his man Carol. He's got the best shop and private dealership in town. On its own sunset in old Hollywood. Cool, thanks. Thanks. Races are marked on your GPS map with unique guide-cons. You can tell how difficult the race is by killing them. Ich denke, ich muss jetzt zu Hollywood Auto. Ja, also noch was zu den Gang gesagt. Vollerei gibt es ja. Also Korps. Sind aber mit so einem Wagen schwer abzuschütteln. Aber man kann natürlich was ich ziemlich gut finde. Man kann stehen bleiben. Man kann einfach sagen, ja, es ist die Strafe. Das war's. Da ist es. Genau. Hollywood Auto. I'm telling you Jeff, the ignition timing is off. I'm working on it. New books, buddy? Yeah, I guess. It's too tight. You don't look like a trust fund baby masquerading as a movie producer. Why are you hanging out with him? We've got friends in camp. Yeah, no. Don't tell me what taste that. What can I do for you? You tell me? This is a full service shop. Performance. Body. Lights. Paints. Vinyl. Whatever you want. I can also get you new rides. Serious rides. No way at least. Great man. Thank you. Hey, there was just a guy in here. Martin. Also a friend of books. At least he was. Until he got bored with the scene. Or any scene. Nothing organized. That's his new vibe. Said he'd be on the street. In a red shot rock. You interested? Maybe. Fair enough. I see you. It's too tight. What a hell of a. Aber der Wagen sieht geil aus. Okay, das wär's dann auch schon wieder mit dem zweiten Part von Let's Play. Ich hoffe man sieht sich im dritten Part. Abonnieren. Kommentieren. Vielen Dank Leute.